Verkehr drum soll man eigentlich nicht fahren, ne? Anders denken darf man schon. Warum dachtest du gerade, der fährt andersrum mit seinem Auto? Ja, weil er rückwärts gezogen wird. Das ist halt Entertainment. Mehr als live. Mehr als live geht nicht. Stimmt's? Genau richtig. Und ich glaube, live hat mehr zu bieten als nicht live und Drehbuch. Sehen Sie das auch so? Da stellt sich halt das Können dann raus. Das sieht man ja auch auf der Bühne. Wenn jemand live spielt, ist das natürlich absolute Arbeit. Das ist Emotion live, sagt auch eine Künstlerin, eine Geigerin aus Polen namens Ivona Bernhard. Ja. Kennen Sie den? Kenn ich, ja. Ich habe mir ein paar Musikstücke angehört und ja, ich bin mehr als hin und weg. Ich bin hin und mit. Der etwas andere Slogan. Oh, die Buchstaben sind aus. Aber bei mir nicht. Garantiert. Filmbike. Garakom Entertainment. Unterwegs. Bis zum nächsten Mal.